Musik Zwei Schüler werfen aus Spaß Steine von einer Autobahnbrücke. Dabei kommt ein Mensch ums Leben. Diese tragische Geschichte ist der Inhalt des Theaterstückes Stones, das ab Freitag, den 20. November, im kleinen Theater gezeigt wird. Das Stück ist für Jugendliche produziert und soll zeigen, dass vor Schicksalsschlägen niemand gefeiert ist. Ich glaube, der Punkt ist, das kann jedem passieren, eigentlich. Es sind keine Banden, es sind keine Buben, die jetzt absichtlich unterwegs sind. Sie sind ein Pfad, sie sind Jugendliche, sie sind in dem Alter, wo sie einfach an Grenzen stoßen wollen, sie wollen an Spaß haben, sie wollen irgendwie die Fetzen fliegen lassen. Und es kommt dazu. Es ist jetzt keine überlegte Tat. Und das Stück zeigt das ganz gut. Das Stück ist für Jugendliche ab 13 Jahren geeignet, wird aber auch sicherlich Ältere berühren. Die Geschichte ist natürlich schon sehr treffend. Und ich glaube, dass es jemand in dem Alter auch genauso berühren wird, als seine Mutter. Also für mich, meine Tochter ist zufällig 14. Ich glaube, mich berührt das sehr, diese Reise, die der Flo durchmacht. Die Schauspieler werden bei den Proben immer wieder an ihre eigene Teenagerzeit erinnert und erzählen sich Geschichten von damals. Die haben so lange Blassohre gehabt und da hat ein Fensterkit auf Autos geschossen. Nämlich tatsächlich seitlich der Straße gelegen und immer so rüber geschossen. Es ist tatsächlich so passiert, dass Autos stehen geblieben sind und die Polizei geholt haben. Wir sind abgehauen, eine Stunde irgendwo gewartet. Wir kamen zurück, die Polizisten haben uns gesehen, haben uns aber nicht als solche Täter erkannt, sondern haben nur gesagt, ob wir diese Menschen gesehen haben, die irgendwelche Steine auf Autos geworfen haben. Und wir haben nur gesagt, keine Ahnung, sind schnell, schnell weg. Also wir wissen bis heute nicht, ob diese Geschichte uns die Polizisten abgekauft haben oder nicht. Aber es ist damals Gott sei Dank nichts passiert. Also aus dem Leben gekriegt worden. Ich habe diese Geschichte tatsächlich erlebt. Was soll an? Wer war es in dieser Zeit bei dir? Und wer hat er? Stones wird mit zwei Schauspielern und mit Unterstützung von Videoeinspielungen in Szene gesetzt. Aber auch abgesehen von multimedialen Inszenierungen ist Theater für Regisseurin Caroline Richards ein ideales Medium für Jugendliche. Theater ist ein Medium, das für Jugendliche sehr teffend ist. Weil es hier und da passiert. Es ist nicht wie im Film, wo das Ganze sehr weit weg ist. Es ist unmittelbar. Die Jugendlichen werden bei dem Theaterstück mit der Thematik nicht alleine gelassen. Nach dem Stück gibt es Diskussionen gemeinsam mit den Schauspielern. Bei einzelnen Veranstaltungen wird auch ein Vertreter der Polizei für die Fragen der Jugendlichen bereitstehen. Das ist ein Mittelstück. Untertitelung des ZDF, 2020